In den letzten sieben Monaten haben wir auf 40.000 Kilometern Kanada, Alaska und die USA durchquert. Auf unserem weiteren Weg nach Feuerland im Süden Argentiniens werden wir in den nächsten acht Monaten Lateinamerika bis nach Panama bereisen. Ja, wie hat das ooit kunnen denken? Onze laatste Nacht in Californië. Het was nog een hele koude nacht. Het heeft duidelijk gevroren. Stiekem zijn we hier toch weer op bijna 1000 meter. En kort voor de grens van Mexico, nog ongeveer 50 kilometer. Dan zijn we een beetje klaar met die koude temperaturen. Dus we gaan naar het zuiden toe. Nog 10 kilometer, Romy. Dan zijn we bij de grens. Hebben we ons goed voorbereid? Weet u wat we moeten doen? Ik hoop het. Denk het. Ja, we staan 1 kilometer voor de grens. We hebben al zicht op Tecate. Het eerste Mexicaanse stadje. Kan je wel zeggen waar we nu naartoe gaan. We gaan het proberen. Kijken wat er gaat gebeuren. Tja, Tecate. We zijn er. We hebben de grens. We zijn over de grens gegaan en naja, dat zie je dus ook meteen aan de kwaliteit van de weg. We nemen niet de verkeerde afslag, want dan rijden we meteen door de buitenwijken van de stad heen en de straat die zijn meteen omvaart. Da het grenzgebied niet unbedingt als sicher gilt, voren we direct na het grenzübertrette naar de grens in de havenstad Ensenada. We waren gespannt auf dat gebouw in mexicanische Supermärkte en erledigten een eerste Einkauf. Aan den verkeer mussten we ons erst nog gewöhnen. Maar bisher waren die Mexikaner alle relativ entspannt unterwegs. Het was een langer dag. En erst naast Sonnenuntergang erreichten we ons eerste plaats in Mexiko. Eerst am nächsten Morgen sahen we, wie schön dieser plaats hier hoch über dem Pazifik lag. We besuchten La Buffadora, ein sogenanntes Blowhole oder Blasloch. Das zweitgrößte der Welt. Hier entstehen aus einer Möhle an den Klitten, durch den Wellengang bis zu 30 Meter hohe Wasservertretten. Zinsprachen Oh, man, man, man. Hé. Die moesten van. Na, kom. Hier nog eenje, kijk maar. Die ersten zwei Nachten in Mexiko, ja, das ist best auszettet, sage ich es selbst, auf diese manier. Het weer is nog niet fantastisch. De korte broek kan nog niet aan, maar als de wind weg is en het zonnetje schijnt, dan kun je wel op een stoeltje lekker buiten zitten. We hebben gisteren La Bufadora zelf hier beneden bezocht en een stukje door de winkelstraat gewandeld. We gaan nu op pad terug het binnenland in, naar 2700 meter, naar een national park. Ja, daar gaat de korte broek zeker weten niet aan, want daar zal het nog lekker fris zijn. Maar nu zou dat super mooi moeten zijn, dus we zijn benieuwd. En ja, we gaan weer op pad. Schnell tauschten wir also die Küste wieder ein gegen die Berge. Unser Ziel war der Nationalpark Sierra de San Pedro Matia. Die Straße schlängelte sich traumhaft durch die Berglandschaft. Oben auf ca. 2600 Metern lag dann tatsächlich Schnee und es war richtig kalt. We waren weit und breit die einzigen auf dem Tempikplatz. Aber wegen des Schnees war es trotzdem schwierig, een geeigneten Stellplatz. Ja, we zijn in het Nationalpark. En ja, overnacht is hier helemaal nog niet zo eenvoudig met al die sneeu. We zijn nog even op zoek naar een goede plek. Het is echt uitzonderlijk hoeveel Sporen je ziet van Beesten. Tot nu toe hebben we nog niets gezien, maar volgens mij... Iishonsen. Nee, het zijn echt... Coyoten. Coyotepoten denk ik, ja. Het is uitzonderlijk. Het kan niet lang wachten voordat we er een moeten gaan zien. Maar het is misschien allemaal van s'nacht. Geen idee of je die ook zo op de dag ziet. Misschien. Of misschien weer een bobcat. Het is ook wel leuk. Tja, nou had ik een paar weken geleden, nadat we in De Semity waren, onze wandelschoenen ingevet. Voor de welverdiende winterpauze. Ik had niet verwacht dat ze nu alweer uit de kast gehaald moesten worden. Maar ja, in deze omstandigheden lijkt ons het beste om toch maar weer onze waterdichte goede wandelschoenen aan te trekken. Hier in Parc Nacional Sierra San Pedro Martir. Ja, het wandelpad hebben we nog niet echt kunnen vinden. Zo hier met de sneeuw die overal ligt. Maar ja, we gaan het proberen. We gaan naar de wandel. MUZIEK Kom je eruit? MUZIEK Het lijkt alsof wij boven de wolken zijn. Maar ik denk daar achter is misschien de oceaan. En daar boven zijn wolken of zo. MUZIEK Hier in Nationalpark leben circa 40 condoren. Van denen we jedoch leider keinen zu gezicht bekamen. Daarvoor sind ons aber Kioten über den weg gelaufen. MUZIEK Ja, dat was een prima wandeling. Aan het einde een beetje de weg kwijt geraakt, maar we hebben de auto gevonden. We hebben twee kajotes gezien onderweg. En ja, het wordt zo langzaam een beetje koud. Dus we gaan de auto in, de kachel aan. Dan warm ik op thee drinken. En misschien dat we nog meer kajotes hier langs de auto zien wandelen. Want die verschijnen het vaakst met de zonsondergang. Dat is zo'n ondergang. Dat is zo'n. MUZIEK 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 We hebben ons alstom die Wanderschuhe alstom gezocht en morgen. En we gaan nu hier wunderschön door den Wald. We zijn op jeden Fall de eerste. Zonder kajote, aishonchen, hirsch, etc. Die naast de sneefall hier lopen. We hebben geen ahnung wie weit het nog is. We hoppen dat we bald komen. En misschien hebben we dan een tolle Sicht hier in het tal. Daar is het Rommie. Daar zijn we dan. Wat is het geel in de trappen of zo? Oh ja, een torre. Het is echt een torre. Daar hebben ze echt een toren gebouwd. Voor mij heb je daar echt een super mooi uitje. Kom. Het is bestemd rotjes. MUZIEK 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 We verliezen die Berge der Sierra wieder und foren zurück zum Pazifik. Entlang der Küste wollten wir dann weiter nach Süden kommen. MUZIEK 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 Ich sage Don Alvaro, ich hoffe, du bist es wert, aber alle sagen, dass es so ist. Ich sage Don Alvaro, ich sage dir, dass das wirklich viel wert ist. Aber ich muss es so etwas zu haben, 18 km auf nicht der beste Weg, die ich kann bedenken. Aber wir haben die Zeit, also wir werden es sehen. Das ist doch wieder etwas Besonderes. Drie uhr geleden stehe ich auf 2600 Meter. Diepe Schnee und der Eis. Und dann geht es nach unten auf der Berg. Und dann kommt es auf das Strand an. Auf einer Weg, die wir schnell wieder vergessen haben. Und wo wir nicht nachher schauen können. Wo wir auch wieder zurück müssen. Wo wir wieder zurück müssen. 18 Kilometer über eine verschrikkelijke Weg. Aber das vergoedt wohl ein Hele Boer natürlich. Das ist ein Uitzicht über die Zee. Mit der Wolven und der Zonne-Ondergang. So, das geht. Das geht. Das Abendessen hatten wir uns tatsächlich redlich verdient. Nimmst du den Teller? Ich nehme den Teller. Was magst du eigentlich? So, mein erster Taco in Mexiko. Danke. So, jetzt versuche ich das Ding in meinen Mund zu kriegen. Was machst du denn hier, Eddie? Profi an der Arbeit. Wir können hier den ganzen Tag faulenzen. Da muss man auch mal was machen. Was kontrollieren. Ob alles noch ein bisschen so ist, wie es sein sollte. Hast du jetzt gemacht? Hast du Wasser nachgefüllt? Hm, genau. Das ist fast wie der Max. Okay. Geht schon. War es sehr dreckig? Oder auch nie so? Ja, war es dreckig schon wieder. Richtig. Okay. Und diese Staubstraße hier. Ja. Nach unserem gemütlichen Vormittag auf unserem schönen Stellplatz da bei Don Alvaro sind wir jetzt mal losgelaufen hier schön am Strand entlang mit Pelikanen die übers Wasser fliegen kleinen Krebsen die am Strand rumlaufen und jetzt haben wir gerade hier zwei Einheimischen geholfen mit ihrem Auto die sich im Sand eingegraben hatten und haben die wieder befreit wir laufen jetzt hier im Reservat Punto Mazzo zum Vulkan da drüben den wir jetzt gleich mal erklimmen wollen und mal schauen es fahren hier ständig ganz viele Einheimische in die Richtung wer weiß was es da hinten noch zu sehen gibt vielleicht fahren sie auch zur Arbeit aber heute ist Sonntag mal schauen ich bin gespannt Auf dem Vulkan Sud-Oeste angekommen, hatten wir einen fantastischen Blick in den Krater und die wunderschöne Umgebung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einem tollen Sonnenuntergang genossen wir ein weiteres köstliches Abendessen im Restaurant von Don Albaro. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Für den Rückweg zum Highway wurde uns dann von anderen Reisenden ein anderer Weg am Strand entlang empfohlen. Wir erreichten so den Highway in Rekordzeit und waren froh, dass es nicht zu einer zweiten Ehekrise gekommen war. Auf Fidels Arfi Park in El Papillon parkten wir unser Auto direkt am Strand neben einer typischen Palapa. Mit Blick auf das Meer verbrachten wir hier die nächsten zwei Tage. Mit Blick auf das Meer. Was denk ich davon, Romy? Privéstrand bestellt oder nicht? Es ist kein Zandvoort hier in augustus von zwei Uhr in der Mittags. Sie zu verstüchen. Es gab sogar heiße Duschen bei Fidel. Der kleine Strahl, der da rauskam, war jedoch so schwach und kochend heiß, dass das Duschen nicht wirklich angenehm war. An diese Art zu duschen würden wir uns jedoch in den nächsten Monaten noch gewöhnen. So, leider ist in Mexiko die Zeit der vegetarischen Hamburger-Patties, sag ich mal, und auch der fertigen, echten Hamburger-Patties wahrscheinlich vorbei. Zumindest haben wir keine im Supermarkt gefunden, weder das eine noch das andere. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück zur klassischen Methode, wir machen unsere Hamburger selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im nächsten Video wechseln wir vom Pazifik zum Golf von Kalifornien und durchqueren dabei fantastische Landschaften und Kakteenwüsten.